Wir nehmen jetzt das einfach einmal auf, es ist eh alles gesagt, in allen Variationen. Es ist halt das Unverbesserliche, dass das, was wirklich hundertprozentig ist, will kein normaler Mensch wahrhaben. Das ist das Erste, was du dir jetzt irgendwann einmal ins Bewusstsein rufen musst. Ich sage auch hier wieder, ich erzähle es dem Geist, der sich jetzt dieses Video ausdenkt. Das ist der elementare Unterschied zu allen Sachen. Und ich kann auch immer wieder sagen, das, was ich jetzt erzähle als Lautsprecher, als Pixelmännchen, das ist nämlich das, was jetzt hundertprozentig für dich da ist als Information. Es ist eine sinnlich wahrgenommene Information, du klotzt auf den Monitor und hörst einen Lautsprecher zu. Das ist jetzt das, was jetzt hundertprozentig sicher ist. Alles, was du dir darüber hinaus ausdenkst, dass da irgendwann einmal in der Vergangenheit dieses Gespräch über Skype geführt wurde, dass du dich auf einer Erdkugel befindest, und diese Figuren, die du dir jetzt siehst, diese Pixelmännchen, auch auf dieser Erdkugel sind, das ist alles unheimlich logisch und nicht besonders geistreich. Es ist schlichtweg und einfach eine Selbstlüge. Das mag dir noch so logisch erscheinen, und ich sage dann immer wieder, was sollte denn einem geistlosen Computer, einem Programm logisch erscheinen, wie die Logik, mit der es programmiert oder er programmiert ist. Und jetzt ist es, dass diese ganzen Widersprüche, du bist in einer Endzeit, und wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist, und dann bist du ewig. Das ist das Erste, was ich jetzt setze. Du kannst jetzt drüber lächeln, in einer Riesenarroganz, wenn du Mensch bist, oder du bist jetzt vielleicht nur ein Mensch, den ich mir ausdenke, dann bist du nur ein Gedanke, über den mache ich mir überhaupt keine großen Gedanken, der ist nämlich schon wieder weg, wenn ich ihn nicht mehr denke. Du wirst irgendwann einmal begreifen müssen, verstehen müssen, dass das Einzige, was absolut konstant immer ist, du selbst bist. Ich spreche es etwas präziser aus. Das Einzige, was konstant im Meer ist, bist du selbst. Alles andere ist nur ein Kommen und Gehen, wo du im Moment deiner Information keine Chance hast, diesen Moment festzuhalten. Es ist wie mit den Geräuschen, die du jetzt hörst. Jedes Wort, das in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf. Jedes Wort verschwindet auch jetzt wieder, und tauscht sich mit einem neuen Wort aus. Und all diese Worte sind jetzt in deiner Logik auf dieser Datei. Gleichzeitig. Und alle Bilder sind auch auf dieser Datei gleichzeitig. Und diese Datei ist eine von Milliarden von Dateien auf YouTube. Und YouTube ist wiederum nur eine Internetseite von Milliarden von Internetseiten. Und die sind jetzt alle gleichzeitig da in deinem geistigen Hintergrund. Das ist das, was ist. Und jetzt kommen wir in deine Weltproblematik. Die Weltproblematik, da müsste ich zuerst wissen, an was denkst du bei dem Wort Welt? Jedes Wort, im Anfang war das Wort, ist schon wieder verkehrt übersetzt. Im Anfang steht ein Wort. Und ein Wort ist in gewissem Maß eine Datei. Und jetzt haben wir diese Hierarchie, die ich so genau erklärt habe, Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. Ich mache ein kleines Beispiel. Jetzt raumzeitliche Bröselgeschichte. Ich war bei der Helene in Österreich. Du merkst schon, diese Worte lösen Bilder in dir aus. Jetzt sind nur die Worte da. Und das, was du aus den Worten magst. Würdest du jetzt nur Chinesisch oder Portugiesisch sprechen, dass das deine Muttersprache wäre, würdest du dir das Video gar nicht anhören, weil du mit diesen Geräuschen nichts anfangen kannst. Ich nenne es immer, kann Datei nicht lesen. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt ist die Eigenart, dass alles, was du dir ausdenkst, wenn ich meine Computer-Metapher benutze, das heißt, dass du jetzt einfach dir mal denkst, du wärst ein Computer. Ich mache jetzt erst zwei Hauptmetaphern. Einmal der träumende Geist. Damit kann man schön klarlegen, dass du mehr oder weniger, ich sage mal, dein roter Kopf wie ein Kino ist. Du bist der Zuschauer in dem Kino und du hast ständig wechselnde Bilder in deinem darstellenden Bewusstsein. Mal gleich, ich habe jetzt das Bewusstsein, selbstgedachte Gedanken sind oder ob das sinnlich wahrgenommene Informationen sind. Es ist in dir drin, sonst würdest du das als träumender Geist nicht wahrnehmen können. Und alles, was in dir auftaucht, kommt aus dir selbst. Das heißt, wenn das Telefon klingelt, du träumst, ohne zu wissen, was du träumst. Du empfindest dich, ich sage immer wieder, als normaler Mensch, als Körbe in einer Welt, die dich umhüllt. Wo du natürlich jetzt erst einmal nur ein Nachfeld hast, wenn du durch deine Augen schaust, schaust du eigentlich auf eine VR-Brille und dann kannst du diese Perspektive verändern und da gilt wieder dasselbe System. Ich weise immer wieder darauf hin, jeder Augenblick, jede neue Blickrichtung, jeder neue Blickwinkel erzeugt ein anderes Bild auf der VR-Brille. Es hat nichts damit zu tun, und das ist der Außenwärm. Das ist eine Interpretation, die dir logisch erscheint. Aber du hast überhaupt keine Möglichkeit, das zu überprüfen, ob irgendetwas da außen existiert, wenn du es nicht denkst. Ein einfacher Satz, um etwas zu überprüfen, muss es zumindest deine Information sein. Eine nicht existierende Information kannst du auch nicht überprüfen, ob die sonst existiert. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt kommen wir in den Örsinn deines Weltbildes. Dass ich immer darauf hinweise, du kannst nur Wissen verwirklichen. Wenn du ein Computer bist, kannst du nur die Bilder aufschmeißen, die sich momentan in deinem Arbeitsspeicher befinden, in dieser Datei befinden, und du wirst die mit dieser Logik, die auch in dieser Datei, in diesem Arbeitsspeicher drin ist, ausbreiten. Das nenne ich schlichtweg und einfach, das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist das neue Weltbild, die neue Metapher. Und das ist von langer Hand, und ich rede jetzt nicht von chronologischer Zeit, von mir vorbereitet. Und wenn ich jetzt sage, von mir meine ich selbstverständlich nicht dieses Pixelmännchen und auch nicht den Gedanken Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Das ist mit einem gewissen Respekt verbunden, und schon das Wort Respekt ist wieder was bedeutet, das Wort Respekt, Respekulum, ein Zurückspiegeln. Ich behaupte, das sind Selbstgespräche. Ich erzähle es demjenigen, der mich jetzt sprechen hört. Jetzt haben wir diese vier Ichs, eine Hierarchie, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich höre den Udo jetzt sprechen. Die dürfte klar sein, dass mich nicht dieses Pixelmännchen, das du auf der VR-Brille, auf dem Monitor, der auf deiner VR-Brille ist, dass dieses Pixelmännchen mich jetzt nicht hört. die dürfte auch klar sein, dass der Lautsprecher mich nicht hört. Und die dürfte auch klar sein, dass der Gedanke an den Menschen, Udo Petscher, dass dieser Gedanke mich auch nicht hört. Ich behaupte, ich bin du. Ich höre diesen Lautsprecher jetzt. bist du schon Ich. Aber ist dieses Ich jetzt der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, der doch auch nur existiert, wenn du an ihn denkst, der auch nur ein Gedanke ist, ein Körpergefühl ist, ein sinnlich wahrgenommenes Körpergefühl? Diese vielen kleinen Beispiele, die ich wiederhole, die sind sofort wieder weg, sobald du dich rumdrehst. Und wir schauen uns jetzt einmal den absoluten Wahnsinn deines Glaubens an. Und jetzt sage ich bewusst, ich predige seit über 30 Jahren, dass zum Beispiel Medizin Krankheiten Erfinder sind, dass physische, geistlose Schwätzer sind, die alle nur nachäffen. Der Schlüssel liegt in der Erkenntnis, wenn ich jetzt zu dir sage, du bist ja nur ein dummer Affe. Ich spreche prinzipiell immer mit einem Geist, mit dem Geist, der mich jetzt ausdeckt. Wenn du hundertprozentig davon überzeugt bist, dass du dieser Körper bist, dass du diese Person bist, magst du dich selbst zu einem sterblichen Säugedir, zu einem Trockenhausen auf. Das ist dieses Beispiel, das im ersten Moment vielleicht wie ein Witz klingt. Inwieweit glaubst du, dass du ein sterbliches Säugedir bist? Ich rede mit einem ewigen Geist. Und ich sage jetzt immer, Kat, jetzt schau in dich rein und mach dir schonungslos bewusst. Du Geist kannst dir bewusst machen, was du glaubst. Das heißt, du Geist kannst dir bewusst machen, welchen Glauben du in dir trägst. Ich nenne das immer den Schwamminhalt. Ich wiederhole tausende Male, natürlich nur in dem Kopf, der die Selbstgespräche wiederholt. Das ist der Weg in die Freiheit. Gebetsmillenhaft. Und ich sage, die werden nicht mehr in dir auftauchen, wenn du es verstanden hast. Ich kann jetzt wieder eine Trinität bilden, wir können uns Menschen ausdenken, die jetzt ganz bewusst wörtlich, nur Menschen ist ein Wort. Einfach nur Gedanken sind, nämlich das Wort Menschen. Und jetzt kann ich mir aus dem Wort Menschen, kann ich mir jetzt was, eine bildliche Vorstellung machen, die jetzt auch einmal nur auf Worten aufbaut. Ich sage jetzt einfach mal, acht Milliarden Trockenlausen, auch mal auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht. Die schauen wir uns dann etwas genauer an, das sind wieder nur Worte. Und du kannst jetzt, wenn du willst, dir eine bildliche Vorstellung aufbauen in dir. Aber wer schaut sich das an? Wer denkt sich das aus? Ein Affe, den du dir jetzt ausdenkst, bist du einer dieser Affen? Mal, ich bin du Quadrat, dieses Selbstgespräch, ich bin du Quadrat, lesen. Die Theorie der logischen Typen. Ich habe in den letzten Selbstgesprächen, ich weise immer wieder darauf hin, dass alles, was ich erkläre, ist in den Büchern drin. Jetzt kann ich nur erzählen, jetzt muss ich wieder raumzeitlich werden mit Worten, Helene, erinnere dich, diese populärwissenschaftlichen Darstellungen der Addymedik, das Benford-Gesetz. Das ist, all diese ganzen Sachen sind unheimlich wichtig. Ich erkläre dir das nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, das jemals verstanden hat, weil Gedanken nichts verstehen können. Ein Einstein, keiner hat weniger die Relativitätsdiorie verstanden wie dein Gedanke an einen Einstein. Es hat noch nie einer Sokrates-Staat verstanden oder den Sokrates verstanden. Wenn du jetzt wieder Figuren hast, die in dir auftreten, die können immer nur hier und jetzt eine Information von dir sein. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Holofeeling ist der hundertprozentig sichere Beweis, dass die Welt eine Matrix ist. So wie du das in dem Film Matrix siehst. Es gibt hunderte von anderen Filmen mit derselben Demodik. Ob ich mich jetzt Udo nenne oder ob ich mich Morpheus nenne. Wir können zurückspringen in Total Recall in der Zeitachse, viele Jahre vorher, wo plötzlich einer auftaucht in den Traum und sagt, du träumst jetzt. Ich bin da, um dich wach zu machen. Oder wir springen in Open Your Eyes, Vanilla Sky, diese ganzen Filme. Es ist dieses Prinzip, das wie Science Fiction klingt. Nein, da wird die hundertprozentige deine eigene Realität beschrieben. Du kannst es wahrhaben oder nicht wahrhaben. Was eins muss dir klar sein. Es wird niemals irgendein Gedanke von dir verstehen. Kein einziger Mensch, den du dir ausdenkst, wird es verstehen. Kann das verstehen. Weil eine vergängliche Erscheinung und alles, was in dir zu existieren, beginnt, gleichgültig, ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist, wo du in die vier Stufen der Vergessenheit gehst, oder wirklich ein bewusstgedachter Gedanke ist. Nicht einmal ein Gott kann das verstehen, wenn du an Gott denkst. Das kann Gott nicht wissen, weil Gott ist jetzt ein Gedanke, den du dir denkst. Du kannst dir denken, dass der allmächtig ist und dass der alles weiß. Dann definierst du Gott, dass ein ausgedachter Gott mächtiger ist, wie du, den du erschaffst. Das ist hundertprozentig sicher. Wie viel Scheiß, sag ich immer, muss ich euch eigentlich noch einspielen, euch Geistesfunken, bis ihr das versteht. Das ist, wenn ich jetzt in der jetzigen Politik dieses materialistische Weltbild und das beginnt zuerst einmal bei einer Vorstellung, dass die Welt heliozentrisch aufgebaut ist und du dich auf einer Erdkugel befindest. Das sind Sachen, die denkst du dir aus. Würdest du dir das auch ausdenken, wenn man dir das nicht erzählt hätte? Und ich mache jetzt einen ganz, ganz springenden Punkt, einen sehr wichtigen Punkt. Das ist mein Kabelstecker, mein Auto, Kabelstecker Beispiel. Du bist der Kabelstecker für die Welt, die du dir ausdeckst. Du bist die Ursache. Jetzt könnte ich wieder, und ich wiederhole absichtlich diese kleinen Beispiele, dass ich jetzt die Spreu vom Weizen trenne. Ich sage jetzt, schnipp, jetzt erschaffe ich was, was die ganze Zeit nicht da war. Du denkst an deine Zweihände. Wenn du das verstanden hast, was ich dir jetzt sage, ist Mehrwert wie ein Sex im Lotto in deiner jetzigen Logik, weil das ist alles nur Gedanken. Gedanken sind extrem trügerisch. Und jetzt kannst du diese Hand spüren. Ist natürlich automatisch verbunden der Ordner deines Körpers. Und jetzt kannst du die Hand, die jetzt sinnlich wahrgenommen da ist, du spürst die, wenn du das nicht nur, dass du jetzt an die Hände denkst, das ist ein eigenartiges Gefühl von sinnlicher Wahrnehmung, mit dabei. Reib mal so die Finger, der Faust bei der Faust. Aber es ist, du siehst sie nicht. Du siehst nur die Gefühle da. Und jetzt schiebe mal diese zwei Hände in deine Vererbrüte rein, wie ich das sage. Und wenn du das drehst, wenn du einmal eine Vererbrüte aufgehört hast mit einem Händetrecker, was jetzt technisch möglich ist, dann wirst du zwei Hände spüren und du kannst die Finger auf und zu machen. Und du siehst das genau. Die machen vollkommen synchron das, was deine Hände machen. Obwohl jetzt normal gedacht, das gar nicht deine Hände sind, weil du nur für Pixelarrangement von zwei Monitoren schaust. Und jetzt wichtig ist, hast du das Bedürfnis dieser Hand, die du jetzt erschaffen hast, durch Denken, in deinem Geist als Information, hast du das Bedürfnis, dieser Hand zu erklären, dass du derjenige bist, der sie erschaffen hat und dass du derjenige bist, der genau bestimmt, was sie tut. Ich rede mit einem Geist, der mit einem Programm arbeitet. Das ist kein Science Fiction. Das kann jedes Kind sofort überprüfen. Ich habe das hunderte Male schon erzählt. Und als ich sage, der wiederholt ja, der erzählt ja immer wieder dasselbe. Die, die ich mir jetzt denke, sind nur Gedanken, die kannst du sowieso vergessen. Kein Überlebenschutz. Du bist der Einzige, der dieses Spiel überleben wird, dass du jetzt dein Leben nennst. Du Geist. Nicht der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist der Wechsel vom Säugling bis zum Kreis. Was jetzt für dich so unheimlich grausam klingt, das sind immer wieder die zwei Seiten, was genau genommen 16 Seiten sind. Und das wird so komplex, wie wenn ich jetzt in eine Struktur gehe und ich müsste jetzt einen normalgebildeten Menschen so erklären, wie Windows-Programmierung funktioniert. Ohne dass der sich jemals mit Computer auseinandergesetzt hat. Glaub mir, die kompliziertesten Rechner der Welt, die du dir jetzt ausdenkst mit den ganzen Fachleuten, ist ein Nichts. Das ist ein Rechenschieber im Vergleich zu dem, was nötig ist, um die Welt aufzubauen, das Programm, in dem du dich zur Zeit selbst hineindenkst als Brösel. Das Videospiel, das du zur Zeit spielst, ist im Grundprinzip, funktioniert das genauso. Es funktioniert ja ganz in der tiefsten Ebene. Ich sage mal, was die Rechenadigmetik anbelangt, hat jeder Hochleistungsrechner genauso wie ein Rechenschieb. Da ist ein Prinzip im Hintergrund, aber dann doch unendlich komplex. Und darum sage ich immer wieder, ich rede von Vereinfachungen, von Vereinfachungen. Um es jetzt wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, jetzt hängt es natürlich immer wieder davon ab, gehörst du schon zu diesen 100 Affen, wie ich das immer nenne, die sich seit Jahren, jetzt bewusst, eine Vergangenheit gedacht, weil alles spitzt sich hier und jetzt ab, mit Holofeeling auseinandersetzen oder bist du noch relativ neu in dem Spiel? Dass du jetzt erst, das Holofeeling jetzt erst in dir auftaucht. Bei Holofeeling musst du nirgends eintreten, nirgends austreten, es hat überhaupt nichts zu tun mit Geld verdienen, es wird dich keinen Pfennig kosten, das steht im Vorwort schon von der Holofeeling-Seite. Und du musst nicht einmal deinen jetzigen Glauben ändern. Das heißt, du spielst deine momentane Rolle als Brösel und der Brösel ganz normal weiter, das Einzige, was sich verändert, ist Bewusstsein-Dextimierung. Da müssen wir aber zuerst einmal wissen, was Bewusstsein ist. Und da wirst du merken, da kommst du zwangsläufig irgendwann in die Esoterik oder in die Psychologie, wobei die reinige Psychologie sehr wenig aussagt, weil die immer dann wieder das Ganze zurückführen auf das Gehirn, wieder auf etwas Ausgedachtes. Dieses klassische Spiel Geist oder Seele ist irgendwann einmal die höchste Entwicklung der Materie, eines Gehirns. Ist alles so geistlos. Es ist auch geistlos zu sagen, wir setzen auf Wachstum. Das zeigt sich jetzt, da wollte ich eigentlich und das streiche ich einmal ganz kurz den Bildschirm ein. Da springe ich jetzt einmal gezielt. Hier diese Internetseite, die Krankheitsmaschine. Das kann man mit dranstellen. Das ist jetzt eins von vielen Büchern. Die Internetseite stelle ich mit dran, hänge ich mit dran. Das ist dieses Krankheitssystem, das du hast. Und du wirst jetzt feststellen, das sind Sachen, die habe ich vor 30 Jahren schon gepredigt, dass das Krankheiten Erfinder sind, wenn ab morgen keiner mehr krank wäre. Das sind Sachen, dann würde ich komplett dein ganzes Weltbild, dein ganzes Finanzwesen um dich herum zusammenbrechen. Wer das merkwürdig findet, vergegenwärtigt sich, dass das irreführende sogenannte Gesundheitswesen seit 1950 von einem 2-Millionen-Geschäft zu einer 350-Milliarden-Maschine eskaliert ist. Das heißt, dass insgesamt unsere Wirtschaft überhaupt nicht mehr funktionieren würde, wenn es keine Kranke gibt. Das Video solltest du dir anhören, das ist nichts Neues, das ist auch kein Mic-Mac, es geht um Geld, es dreht sich alles definitiv nur um Geld. Das ist die erste große Problematik dabei. Es ist ein unendlich verlogenes System. Da läuft übrigens nichts verkehrt und jetzt kommt Holofeeling. Alles, was in dir auftaucht, hat einen Sinn und es ist wichtig und es ist richtig. Aber nur ein bisschen. Da muss ich die Perspektiven, da muss ich das, das ein Beispiel verstanden haben. Und du darfst, egal was in dir auftaucht, kein aller einzigen Gedanken in irgendeiner Form verändern wollen oder vernichten wollen. Das ist wie mit dem Bustl-Stück. Wenn ich sage, jedes Bild, das du auf dem Bildschirm hast, ist auf der Datei, aber in einer ganz anderen Form, mit allen anderen Bildern gleichzeitig. Das ist wie ein zusammengesetztes Battle. Und diese Datei wiederum in deinem Arbeitsspeicher, ich nenne das einfach mal deinen Intellekt, dein Programm oder ein riesengroßes Videospielprogramm, mit dem man eine offene Welt öffnen kann. Das ist auch wiederum nur ein Programm von unheimlich vielen Programmen in einer unvorstellbaren Komplexität, wenn man sich da mal genauer gedanklich damit beschäftigt. Das alles, was prinzipiell vom Bildschirm auftauchen kann, ist in einer Einheit, die in der Hierarchie eine Stufe tiefer liegt. Ein kleines Beispiel. Raumzeitlich. Ich bin bei der Helene, Helene macht einen Kaffee. Und dann sage ich, pass auf Helene, ist dir eigentlich klar, dass die Kaffeemaschine gar nicht existieren würde, wenn deine Küche nicht existiert? Das heißt, deine Küche, du hast noch nie deine Küche gesehen, da bin ich so oft drauf eingegangen, wo jeder normale Mensch sofort abstürzt. Hochintellektuelle Menschen werden dann sagen, was ist das für ein Spinner? Und ich sage einfach nur, zeig es mir. Du als Computerprogramm, extrem komplex, mit vielen, vielen Dateien, in dir ist eine Datei, die nennst du meine Küche. Zumindest die aktuelle Küche. Du wirst feststellen, da sind auch noch andere Küchendateien drin, aber das sind aber die, die du dir chronologisch in die Vergangenheit denkst, wenn du älter bist. Aber jetzt, die aktuelle Küche ist diese Kaffeemaschine, die auf dem Monitor auftaucht, ist eine kleine Facette, ein Bild, das aus dieser Datei entspricht. Und dasselbe haben wir jetzt, wenn wir in die Esoterik gehen, wenn eine sich hinsetzen und in die Stille meditieren. Und dann wird hier ganz das, dann musst du üben, konzentrier dich nur auf deinen Atem und du dreimal eins, zwei, drei ausatmen, eins, zwei, drei. Versuch möglichst gleichmäßig zu atmen. Das sind so Lehren dieser geistlos nachöffenden Meditationslehre, was dir dabei gar nicht klar ist, dass du in dem Moment, wo du atmest, zwangsläufig dein Körper dort, da muss eine Datei da sein, die du meinen Körper nennst, zumindest der aktuelle Körper. Die Datei ist viel größer, da sind nämlich Körper vom Säugling bis zum Kreis drauf. Das heißt, der aktuelle Körper ist bloß eine winzige Facette aus dieser Datei, die du meinen Körper nennst. Du kannst dann Bilder hochholen in dir feinstofflich, wo du sagst, das war ich als 10-Jähriger, da war ich noch schlank, klein, dann als 20-Jähriger, da hatte ich noch keine Falten, da hatte ich noch keine graue Haare, wenn du älter bist, das bin ich dann als 50, 60-Jähriger, aber wer denkt sich das alles aus? Wer denkt sich seinen Körper aus? Ist der nicht auch eine momentane Erscheinung, eine Gedankenwelle, wie alles andere auch? Und du versuchst es zwanghaft am Leben zu erhalten. Ein riesengroßer Trogschluss. Das heißt also hier, dass du zwangsläufig an deinen Körper denkst, ohne an deinen Körper zu denken. Weil die Datei kannst du nicht sehen, du kannst immer wieder nur Facetten aus der Datei herausholen, die aber genau genommen diese Bilder, die dann in dir auftauchen, aus der Datei gar nicht herausgenommen werden. Das habe ich lang und breit erklärt. All das ist hundertprozentig sicher. Übrigens, ist dir aufgefallen, dass du während du jetzt aufmerksam zugehört hast, du geist, dass du gar nicht geatmet hast? Atmen tust du erst, wenn du an Atmen denkst. Für dich existiert als Information immer bloß die Information, die du anfokussierst. Es hat auch deinen Körper nicht existiert. Und dann sagt du immer, schnipp und jetzt denkst du an die zwei Beine und wackelst mit den Zehen an den Beinen. Wo waren die die ganze Zeit? Was für die Zehen gilt, gilt auch für deinen ganzen Körper. Du bist nicht dieser Körper. Dieser Körper ist ein Gedanke, einer von unendlich vielen Gedanken, die du prinzipiell denken kannst. Und du wirst immer nur das denken, was für dich zur Zeit aktuell ist, was für dich wichtig ist. Wichtig ist natürlich jetzt auch wieder, das können wir rot und blau machen, wenn ich immer sage, wichtig ist der Mittelpunkt. Nicht die Peripherie, die verändert sich ständig. Dieses Kreisen. Und das wiederhole ich. Wieso wiederhole ich? Das war das ganze Geschwätz von richtig und verkehrt. Gesundheitswesen, Erdkugel, heliozentrisch, Corona. Da kommst du automatisch wieder an den Schuldigen. Ich erwähne immer und immer wieder, hör auf, irgendjemandem die Schuld zu geben. Ich bin schuld. Nehme deine Schuld auf dich und folge mir. Ich war der Erste, der gesagt hat, ich bin schuld. Ich nehme alle Schuld auf mich. Du kannst doch einen Gedanken, den du denkst, nicht vorwerfen, dass er so ist, wie er von dir gedacht wird. Doch, du kannst es. Es wäre wegen seiner Einseitigkeit. Was hier das große Erkenntnis ist, ist das Thema, dass zwei Sachen, die sich widersprechen, was vollkommen Neues ergeht. Das weiß deine Menschheit offensichtlich nicht. Es geht nur darum, was ist besser? Gesundheit oder Krankheit? Krieg oder Frieden? Sonnenschein oder Regen? Tausendfach habe ich das durchgespielt. Wenn du das verstanden hättest, du Geist, wenn du es wirklich verstanden hättest, hättest du über mich nichts zu niemandem mehr ein Problem. Du hättest davon nicht zu niemandem mehr Angst. Schon gar nicht von irgendeiner Auflösung von etwas. Die Grundvoraussetzung, in eine höhere geistige Ebene, in eine neue Welt zu kommen, ist, dass du die jetzige Welt opfern musst. Du musst loslassen lange. Dazu musst du als Mensch jetzt in deiner Personifizierung überhaupt nichts tun. Du spätst einfach nur deine Rolle. Du beobachtest dich. Und ich erwähne immer wieder, wenn du jetzt Arzt bist, schau dir dieses Video an und sei selbst ehrlich. Sei selbst ehrlich. Du kannst die anderen belügen, aber du kannst dich selbst belügen. Du kannst dich selbst belügen. Das ist die größte Fehler überhaupt. Ich weiß ja, ich bin ja der Gute. Dir wird dann bewusst, dass sich die Kausalität umdreht, dass sich dein Wertesystem umdreht, dass du plötzlich anfängst. Alles, was du als unheimlich toll und gut empfunden hast, wird dich anwidern. Und alles, was dich angewidert hat, wirst du plötzlich sagen, die haben ja eigentlich recht. Dann hast du die Seite gedreht. Und dann bist du genauso einsäufig. Darum geht es bei Holofeeling nicht, sondern dass für dich die beiden Seiten gleichwertig werden. Und erst wenn gut und böse, Sonnenschein und Regen vollkommen gleichwertig und gleichwichtig ist, dass das nur eine Spiegelung ist. Bei Sonnenschein und Regen ist es wunderschön. Du brauchst beides für Lebendigkeit. Du brauchst genauso Griech und Frieden. Ich sage ganz einfach, Aufbau und Zerstörung. Der Säugling muss zerstört werden, dass du ein Schulkind wirst. Und das Schulkind muss zerstört werden, dass du ein Erwachsener wirst. Und so weiter und so weiter. Und der alte Mensch, der G-Reihe ist, muss komplett zerstört werden, dass du letztendlich dann zu dem wirst, was du eigentlich schon immer bist. In Holofilling heißt es, wenn du ein G-Reihe ist, ein Kreis geworden bist, ein geistiger Spiegelbewusstsein, erkennst du, dass du schon immer ein Kreis warst. Wenn du ein Buch liest, ein Roman, wie eine Lebensgeschichte, wo du die Hauptrolle bist. Du bist der Leser, der auf jeder Seite immer derselbe Leser ist. In dem Augenblick, wenn du das Buch wieder zurückstellst und dir aufschaust, wirst du erkennen, dass du nicht der bist, dessen Rolle du gespielt hast. Aber in dem Moment stehst du in einem absoluten Nichts. Und da kommen jetzt die Fehler auch in der Esoterik. Heute gibt es gerade ein schönes Video von Dolle, wo hier diesen Bewusstseinszustand, der nennt es Stille. Jetzt müssen wir die Wörter eigentlich zuerst einmal wieder genauer anschauen, was bedeutet eigentlich etymologisch das Wort Still und du wirst feststellen, dass das Wort Still kommt von Stehen. Ruhend. Wenn der Geist still ist, sagt er, wenn du nichts mehr denkst, der Zustand nichts zu denken. Das ist eine Lüge. Es ist vollkommen unmöglich, dass du Geist nichts denkst. Dass du still bist. Du selber bist still. Aber was nicht still ist, mach es doch ganz einfach, der Geist ist der Zuschauer in einem Kino. Ist der still? Der gibt keine Mucks von sich. Aber was er wahrnimmt, ist nicht still. Das ist nämlich der träumende Geist und seine Traumwelt. Der Geist, der immer ist, rot gelesen, nicht existieren, das ist der große Trick. Benötigt dieses rote, nicht existierende, benötigt jetzt zwangsläufig was Existierendes. Es ist nicht möglich, dass du dein Denken, deine Informationen abstellst. Es ist genauso wie nicht möglich, dass ein Meer einen absolut spiegelglatt in die Oberfläche hat. Und wenn es nur ein bisschen gräuselt, das macht die Lebendigkeit aus. Und so Sätze, die so logisch erscheinen, ich habe fünf Stunden geschlafen, wie ein Stein, ohne an was zu denken. Was passiert, wenn du weißt, dass alles, was in dir auftaucht, jetzt in dir auftaucht? In dem Moment denkst du an was. Du musst dir, um Stille zu denken, musst du was denken. Um nichts zu denken, das Wort nichts, um diesen Zustand zu beschreiben, musst du irgendwas, eine Existenz benutzen. An was denkst du, wenn du an nichts denkst? Dann denkst du das Wort nichts. Und jetzt haben wir die zwei Seiten, du brauchst einen Kontrast. Das ist zigfach erklärt. Hast du es verstanden? Wenn du jetzt da sitzt und sagst, ist jetzt schön still. Das, was du beschreibst mit den Worten, ist jetzt schön still. Diese Worte sind Lärm. Und der Hintergrund ist die Stille, die du beschreibst. Du beschreibst mit Lärm die Stille. Und du kannst aus der Stille heraus den Lärm beobachten. Dann bist du die Stille. Aber der Lärm ist trotzdem da, weil wir den Unterschied brauchen. Das heißt, der Beobachter, das Tierchen gucken, was ich nenne, der einfach nur seine Informationen anschaut, ohne im Geringsten selber einen Mucks zu machen, zu werden oder zu interpretieren, das bist du. Wenn du ich bist. Und dann kannst du einfach deine Informationen beobachten und zu deinen Informationen gehört auch eindeutig deine Interpretation deines Egos. Wenn du dich über was aufregst, wenn du Angst hast, wenn du einseitig werdest, das ist richtig, wenn du rechthaberisch bist, das ist verkehrt. Das ist einfach mal eine Information, die du anschaffst. Aber du werdest nicht mehr die Information, weil du still bleibst. Wenn ich jetzt das Video laufen lassen würde von Dolle, der beschreibt, dass diese Stille, die du bist, dass da überhaupt nichts mehr ist. Das ist die Stille, wo sich die Esoteriker hinmeditieren wollen, das sind sie erreichen wollen. Du kannst nicht das erreichen, was du schon immer bist. Du musst nur wissen, was es heißt, ein Geist zu sein. Es bedeutet schlichtweg, ein Gott zu sein, der sich in sich selber eine Welt erschafft, dass er sich nicht zu Tode langweilt. Aber selbst in die Welt das erste Mal als Ding an sich nicht eingreift. Es ist wie 200 Gramm rote Gnede, die ständig ihre eigene Form umformt, ohne sich dabei selbst zu verändern. Es bleiben immer 200 Gramm rote Gnede. Da kann man doch das schöne physikalische Video angeschaut. Du wirst von mir nie hören, egal was du mir zeigst, dass ich sage, das stimmt nicht. Egal was einer behauptet, wirst du von mir nie hören, dass ich sage, der hat nicht recht. Ich erkläre dir genau, aus welchem Intellekt, mit welchem Programm heraus, er jetzt genau diese winzige Facette als Vorstellung erschafft. Weil das, was ist, ist das, was ist. Es ist immer so die Ironie, wenn man zum Beispiel hier die Selbstgespräche studiert, wo eine kleine Geschichte drin ist, du kannst doch nicht behaupten, dass... Und ich sage dann, was bist du eigentlich für ein Narr? Du hast doch gerade gesehen, dass ich das behaupten kann. Du kannst doch nicht sagen, dass... Ich habe dir doch gerade im Moment, habe ich es doch gesagt, wieso sagst du, ich kann das nicht sagen? Das, was jetzt wie ein Witz klingt, ist absolute Geistlosigkeit und Unachtsamkeit. Und jetzt kommt die Elite deiner Welt. Es geht um Geld. Es geht um nichts anders. Das Gesundheitssystem in deinem jetzigen Konstruktprogramm, und ich betone nochmal, das ist ein Führerscheinprüfungsbogenprogramm, es ist voller Fehler. Es würde ohne Krankheiten gar nicht funktionieren. Eine Sache, wo ich vor 30 Jahren schon gesagt habe. Wir setzen auf Wachstum. Es ist so unendlich geistlos und jetzt kommt eigentlich der Befreiungsschlag. Du musst es nicht verändern, du musst den Führerscheinprüfungsbogen nicht verändern, du musst die Fehler erkennen. Gehörst du noch zu denen, die jetzt dagegen auf die Straße gehen und es ändern wollen? Das eigentliche Problem hast du nicht erkannt. Das Problem ist das heliozentrische Weltbild. Die Funktion dessen, dass du träumst, ist genauso wenig da außen ein heliozentrisches Weltbild wie eine geozentrische oder eine Scheibenwelt oder was du dir ausdenkst. Das, was die Ursache ist, liegt wesentlich tiefer. Es ist ein vollkommen neues System, wo deine Welt nichts davon weiß und auch nie was davon wissen kann, bevor du dir das nicht ausdenkst. Du musst der Erste sein, der das weiß. Nicht der, an dem du denkst, wenn du an dich selbst denkst, sondern dem, dem ich das jetzt erzähle. Wenn ich immer wieder die Phrasen, die Rechthabereien, dieses Geschwätz, es sind zuerst einmal alles nur Figuren. Wenn du in einen Chat gehst, wenn du in eine Internetseite gehst, wenn du eine Zeitung liest, mach dir doch bewusst, wie oft muss ich jetzt das noch in dir wiederholen? Da ist ein Fetzen Papier. Das ist eine sinnlich wahrgenommene Information von dir. Du bist ein träumender Geist, das ist hier und jetzt aus dir selber aufgetaucht. Da ist ein Monitor vor dir mit Schriftzeichen oder mit Geräuschen, die er wiedergibt, mit Pixelmännchen. Das ist das Einzige, was in diesem Moment sinnlich real wahrgenommen existiert. Alles andere sind Interpretationen des Intellekts, den du zum Denken benutzt. Und dieser Intellekt, dieser Schwamminhalt, wie ich das nenne, den konntest du dir nicht rauszuchen. Ob du an der Steinzeit denkst, ob du dir eine andere Teile ausdenkst, es gibt keine Vergangenheit, es gibt dich und deine Gedanken, die du hier und jetzt denkst. Und jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist hundertprozentig sicher. Keine Esoterik, keine Naturwissenschaft und keine Religion. Es sind einfach nur vergängliche Erscheinungen. Und alle maßen sich an, dass sie wüssten, was rechtlich ist, indem sie geistlos nacherffen. Im politischen Sinne, im religiösen Sinne, im moralischen Sinne. Dumme, geistlose Affen in deinem Traum. Und was bist du? Du bist der Formspiegel, der genau diese Spiegelbilder in sich hineinlegt. Es sind Spiegelbilder deines eigenen Charakters. Wenn du das ausgedacht hast, wird alles anders, dann lass ich dich wachen. Das ist das, was ist. Die Demonstration von Geistlosigkeit und Wahnsinn in der Welt der Menschen, die du vernunftbegabte Lebewesen denkst. Die sind so unähnlich weit weg von Vernunft. Die religiösen, genauso egal, welche Religion du anhängst. Und die naturwissenschaftlich geprägten, es sind geistlose Affen bei eigener Definition, die nachöffen. In einer riesen Arroganz, sie wüssten etwas. Das hast du zu erkennen, weil du nämlich der Einzige bist, der das erkennen kann. Und wenn du das erkannt hast, bist du ich. Darum beginnen die Ohrenbauerungen mit ich bin du. Und dann komme ich dir gewaltig entgegen. Und dann kannst du immer noch im Alltag testen, ob du sympathisierst. Die Schizophrenie beginnt doch schon, wenn du sagst, den empfinde ich sympathisch. Sympathie heißt mitleiden. Es ist ein und für sich ein negatives Wort. Wenn wir das einmal auf Wohlbefinden sehen. Mit irgendwas sympathisieren, ist das Gegenteil vom Wohlempfinden. Aber Wohlempfinden, wieder ich fühle mich gut, ist auch einseitig. Das ist wie wenn wir diskutieren, was besser ist, Sonnenschein oder Regen. Einatmen oder ausatmen. Aber ich merke doch, dass ich das nacheinander mache. Das ist das Problem des chronologischen Denkens. Es gibt keine chronologische Reihenfolge in einer Datei. Es ist alles gleichzeitig. Immer jetzt. Hier und jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. In einer Transversalen-Vertikalen-Hierarchie. Und da stehst du momentan in deinem Traum als bewusst jetzt symbolisch ausgedachter Träum in der Geist oder als Computer. Vor allem, du bist das Gefäß, wenn du der Computer bist oder du Träum in der Geist, in dem sich alles befindet. Deine Software und deine Hardware. Und das, was du zum Denken, auch das Internet. Das Innerste. Der Kern aus dem alles entspringt. Und da gibt es ein streng arigmatisches System, das erklärt dir, soweit es möglich ist, wie ich immer sage, in deiner Basic-Logik zu erklären, Holofeeling. Das ist ein Studium, ein Selbststudium, das beginnt, du musst beginnen und dann wächst es langsam aus dir heraus. Und dann wird dir der Wahnsinn bewusst, sich mit Geld am Leben erhalten zu wollen, dann wird dir bewusst, dass du nur umgeben bist von Lügnern, die frei zu sprechen sind. Warum? Kann ein Lügner, dem du dir ausdenkst, etwas dafür, dass er ein Lügner ist? Aber wer ist jetzt eigentlich der Lügner, wenn du dir einen Lügner ausdenkst und du meinst, das ist ein ganzer Guter, ein Gescheiter? Das gilt für jeden Physiker und das gilt für jeden Arzt. Und jetzt kommt die Schwierigkeit, wenn du selber ein Arzt bist, wenn du selber ein Theologe bist, wenn du selber ein Physiker bist, egal was du bist. Stimmt das alles, was du verbreitest? Es ist mir ein leichtes, ich betone immer wieder, es ist mir ein leichtes, jetzt normal gedacht in deiner Welt jeden 13-Jährigen zu erklären, dass das alles Lügenmenschen sind, Lügenbarone, die des Kaisers neue Kleider sehen, ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Und wenn du jetzt noch chronologisch denkst, hast du ein Riesenproblem. Du hast meine Bergpredigt nicht verstanden. Wieso? Ich frage dich ganz einfach, was willst du? Ich biete dir zwei Möglichkeiten an. Willst du reich sein und gesund sein oder willst du arm und krank sein? Was sagt deine Logik, Rita? Ich nenne jetzt einfach mal meinen Gegenüber, bitte. Das Programm sagt natürlich gesund und reich. Siehst du, das ist das Normale und ich sage, du musst all das, was deine Normalität dir jetzt aufzwingt, drehe das zuerst einmal um 180 Grad. Das sind so meine Beispiele, wenn ich jetzt im klassischen Sinn zu dir sage, hier, ich mache jetzt eine absolute Gehirnwäsche mit dir, dann wird deine anerzogene Logik sagen, dass ich dich irgendwie manipuliere, obwohl doch im klassischen Sinn, wenn ich etwas wasche, wenn ich etwas rein, rein, rein mache, weil es verdreckt ist, ist das doch was Positives. Oder wenn ich jetzt sage, der steht ja vollkommen neben sich, drückt man in deiner Logik aus, dass der ein bisschen Baller-Baller ist. Ich sage, du musst jetzt dich erheben und dich neben, dich hinstellen wie ein Geist und dich wie ein Tierforscher beobachten, ohne irgendwie zu werden, wie du bist. Brutverhalten, Fressverhalten, Interessen, was lehne ich ab, was befürworte ich, ohne das zu bewerten, du schaust einfach, du machst dir bewusst, ich sage immer, schau in dich rein, was du glaubst, das musst du erforschen. Du merkst, dann dreht sich das wieder um. Aber ich habe gerade noch das Wort Bergbredig angesprochen, sage ich nicht, zähle ich die, die jetzt arm und krank sind, weil die werden gesund sein und reich und glücklich werden. Wehe denen, die jetzt reich und gesund sind, die werden krank werden. Das bezieht sich auf das chronologische Denken. Das ist ein unumkehrbares Gesetz, solange du chronologisch denkst. Es wird auf einatmen, ob du willst oder nicht ausatmen kommen und auf ausatmen einatmen und es wird auf Sonnenschein Regen kommen und auf Regen wird Sonnenschein kommen und auf Hell wird Dunkel kommen und auf Dunkel kommt wieder Hell. Solange du dich als Affe betrachtest, das ist die Affinität, solange du dich als Affe betrachtest, der sich auf einer Erdkugel befindet, die sich um die Sonne rumdreht. Und ich erkläre dir jetzt, das bist du nicht, das ist ein Gedanke von dir. Du bist ein Geist, der sich aufgrund von Schwamminhalt, von anerzogenem Wissen, aufgrund eines Programms eine Erdkugel vorstellt, die von der Sonne angestrahlt wird, die sich um die Sonne rumdreht und um die eigene Achse dreht. Und jetzt in dem Moment, wo du wieder dich rückerinnerst an das, was du bist, wirst du erkennen, dass in Maßsetzung dieser Logik, die du magst, eine Erdkugel, die von dir ausgedacht wird, dass diese Erdkugel, die von der Sonne angestrahlt wird, eine Seite hell ist und eine Seite dunkel ist und dass sich hell und dunkel nicht abwechseln. Ich habe das so oft erklärt, hast du es verstanden, und wenn du es verstanden hättest, würde ich dir das jetzt nicht wiederholen lassen in dir. Und auch wenn sich die Erde dreht, bleibt die eine Seite hell und die andere Seite dunkel. Und dann haben wir immer noch ein drittes, einen Hintergrund. Und da wird es auf der Erde auf einer Seite regnen und auf der anderen Seite die Sonne scheinen oder Winter sein und Sommer sein und Sturmflut und absolute, ich sage mal hier, am Strand liegen, bei strahlend Sonnenschein, beim ganz gleichgekräuselten Meer. Und auf der anderen Seite desselben, mehr doofen, meterhohe Wellen. Alles gleichzeitig. Das sind die Perspektiven, die gleichzeitig da sind. Ein simples Prinzip. Und dann wirst du feststellen, wenn ich jetzt sage, wir denken uns verschiedene Religionen, diesen berühmten Hospilatismus, den in der Regel spricht man in der Veterinärforschung, in der Tierwelt, wenn Tiere eingesperrt werden, in einen Käfig. Dann sitzen die hier und machen diesen da in den Stäbchen. Und dann sage ich, jetzt geh ins Judentum, ultraorthodox, und schau, was die an der Klagemauer machen. Was sie machen, wenn sie die Develin anlegen. Dann gehst du in buddhistische Klöster, was die machen. Mummel, 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 mummel. Es sind schlichtweg Tiere, die in ein Gefängnis eingesperrt sind. Das ist dieser anerzogene Glaube. Ja. Aber vor allem, es sind Gedanken, die du jetzt aufgrund dieser Worte denkst. Und jetzt kommt die negative Seite, das sind noch Spiegelbilder deines eigenen Glaubens. Du bist nämlich nichts anderes. Du machst selber täglich Grüß das nur mit dir in deinen ganz persönlichen Mechanismus, den du am Leben erhalten willst, weil du glaubst, der hält dich am Leben. Was dich am Leben erhält, ist was ganz was anderes. Das sind so die, wenn ich jetzt zum Beispiel reingehe, mir fällt gerade ein, Skobel, ich mache jetzt dann nochmal, das Video suche ich nicht her, ist auf drei satt, wir sind jetzt zeitaktuell, ein Philosoph, der macht schöne Vorträge, auch unser Kirchhoff. Ich nenne immer wieder Namen, tolle, ich finde die alle klasse. Aber du wirst, wenn du hinhörst, die im tiefsten, dann sind das immer noch ganz normale Materialisten. Das heißt, da ist dieses Wissen schon da, da kann man auch einen gewissen Sinnfrieden, man kriegt im Alter, in der Altersweisheit. Aber du kannst jeden einzelnen Antrigger mit einer gewissen Sache, wo er sagt, nein, das ist er nicht. Hier zum Beispiel bei diesem Skobel, diesem Philosophen, der ganz tolle über Bewusstsein, ganz tolle Videos hat. Kann man YouTube uns anschauen. Gehen wir jetzt ganz kurz nochmal rein. Das sind jetzt hier diese Videos, da gibt es zum Beispiel ein Video, wo er dann über Klima lüge. Und da ist jetzt ganz interessant, dass hier, ich schalte ihn nochmal zurück, bevor wir das dann laufen lassen, dass er sagt, bei Klima, da merkt man, da wird er dann sofort negativ, Klimaleugner sind für ihn absolute Spasten, das sind jetzt meine Worte, Vollpfosten nenne ich das immer gern, weil er zum Beispiel, wenn er aus einem Fenster schaut, die letzten zehn Jahre, was an dem Wald passiert, das ist ein klares Zeichen für ihn, dass das keine Lüge ist. Und jetzt sage ich einmal als Udo, ganz einfach als diese Udo, mein Udo-Leben, ich kann das nur unterstreichen, und zwar, ich gehe noch einen Schritt weiter mit Winter. Ich denke mir jetzt, ich denke mir ganz bewusst, ich lebe hier in Weißenburg, ich lebe seit 65 Jahren praktisch in Weißenburg und Umgebung. Und wenn ich jetzt mich erinnere, zurückerinnere, wie ich in die Schule gekommen bin, Anfang der 60er Jahre, da hat es Schnee gegeben, ohne Ende. Ich musste losmarschieren, hier zwei Kilometer in die Schule laufen, egal wie es gestürmt hat oder gedonnert hat, oder ob Schneeflut war, und als kleiner Kerl neben der Straße, die Schneehaufen waren größer wie ich. Und jetzt springe ich in die 80er Jahre, 80 habe ich mich selbstständig gemacht, ich rede jetzt eine Märchengeschichte wohlgemerkt, du hörst Worte und du baust dir jetzt Vorstellungen in die Aufwendung mitgehst. Ich sage nicht, dass das in der Vergangenheit so war. Du kannst jetzt normal denken, dann wirst du feststellen, dass das also hier definitiv also diese Normalität, 80 habe ich mein Donstudio aufgemacht, Weißenburg-Judengasse, keinen, selbst in den 90er Jahren konntest du von dem Laden nicht parken, weil oft über Wochen eineinhalb, zwei Meter Schneewehen waren, bloß was die mit dem Schneepflug weggemacht haben von der Straße, was dann praktisch, wo die Parkplätze vor meinem Laden waren, waren ein bisschen Schneehaufen gestanden. Ich rede 80er, 90er Jahre. Die letzten 15 Jahre in Weißenburg, die letzten 10 Jahre, wenn einmal drei, vier Tage so viel Schnee vor der Haustür gelegen ist, dass sich der Schnee drei, vier Tage gehalten hat, also das will ich jetzt nicht beschwören, aber recht viel länger ist es nicht, sollte einmal so viel Schnee gewesen sein, ist es innerhalb von zwei, drei Tagen wieder fast vollkommen weg gewesen. Es ist doch ein klarer Beweis, dass diese Klimaveränderung keine Lüge ist. Ist logisch, aber nicht besonders geistreich, wenn es bloß jetzt gibt. Es ist ein Fehlenden für das Schindprüfungsboden. Die Zahlen, die Summen, das Hauptproblem, an Zahlen, an Summen, die du maximierst, und jetzt kommt ein extrem wichtiger Satz, den ich immer und immer wiederhole, und das solltest du dir wirklich ganz tief in die Seele schreiben. Du hörst etwas, du kennst etwas von Hörensorgen, nenne ich das, aus Medien und Basieren. Entweder dir erzählt jemand etwas, das meiste hast du ja aus dem Internet, aus dem Handy heraus. Kannst du das, was du jetzt nachplapperst, vollkommen geistlos nachhelfst, ob das Sterbezahlen sind, ob das Corona-Tote sind, ob das eine Erdkugel ist, an die du denkst, ob das irgendwelche CO2-Werte sind, kannst du das beschwören, oder kannst du nur beschwören, da habe ich das gelesen und da habe ich das gehört und da steht das und da steht jenes. Wenn du diese Sachen aufschnappst, geistlos nachäffst und in dir aufgrund von Glauben rein in deiner Vorstellungswelt verwirklichst, dann hast du wirklich ein Problem. Und ich sage jetzt dir als der, der ich bin, kannst du das beschwören, für jeden meiner, den du schwörst, würde ich dich zur Rechenschaft ziehen. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du aufhörst, meine Eide zu schwören. Und die Strafe folgt auf dem Fuß. Dieses riesengroße Dilemma um dich herum, was meine ich mit an dir Lämmer? Ein Dilemma ist, dass du dich in der klassischen Art und Weise auf deiner jetzigen Ebene, wo du dich geistig befindest, musst du dich zwischen zwei oder mehreren Möglichkeiten entscheiden, was keine absolute Entscheidung ist. Du musst dich jetzt zum Beispiel entscheiden, wem vertraust du mehr in Corona-Fragen, den Querdenkern, Rechtsradikalen oder der offiziellen Presse, den 98% der angeblich seriösen Wissenschaftler, die eigentlich nur die offiziellen Wissenschaftler des Systems sind. Offiziell heißt, hinderlich sein und im Weg stehen. Wen vertraust du mehr, mir oder der offiziellen Kirche auf Erden? Das ist aber ein Dilemma, weil egal für wen du dich entscheidest, du entscheidest dich für eine Unvollkommenheit. Das ist das Schöne an Holofeeling, ich sage, es geht nicht, was richtig und verkehrt oder gut Böses, es geht zuerst einmal darum, was ist jetzt da, was ist jetzt da, schnipp! Das, was du denkst, und das ist hier und jetzt in deinem Kopf. Und du kannst jetzt ganz klar als Beobachter, Beobachter hat mein Video, ein Update, er ist der Beobachter. Du kannst dir als reiner Beobachter bewusst machen, ist das jetzt ein Reizauslöser, den ich mir nicht raussuchen konnte, das plötzlich in mir aufgetaucht ist, es kommt nie irgendetwas von außen. Du bist ein träumender Geist, du bist ein Computer. Wenn du der Computer-Metapher benutzt, dann kommt das aus der Datei im Arbeitsspeicher und wenn du ein träumender Geist bist, kommt das aus einem tiefsten Innersten. Und das ist die erste Gedankenwelle. Und die Welle geht es nicht darum, ist die Seite oder die Seite richtig, die gehören untrenbar zusammen. Wie hell und dunkel und wie oben und unten. Das ist so unendlich simpel und einfach. Jetzt frag dich einmal, was in dir drin ist, dass du das nicht wahrhaben willst. Wieso willst du unbedingt nur eine einzige Seite haben und die andere muss am besten vernichtet werden? Das Thema haben wir jetzt mit Gesundheit und Krankheit. In deiner Welt wollen angeblich alle nur gesund sein und wenn du dir das Video anhörst, wirst du feststellen, das wäre der Tod deines Systems. Es will keiner. Der größte Arbeitgeber des Gesundheitswesens ist wesentlich größer wie VW. Viel, viel größer. Es macht einen Großteil des ganzen systematischen Denkens aus einer vollkommen geistlosen, nachgeäfften Rhetorik. Jetzt kommt der Meister, der Meister ins Spiel. Heil Rhetor, wir sind gerade beim Aufnehmen. Und nochmal, jetzt waren sie alle heim. Offensichtlich kracht es an allen Ecken und Händen. Das ist eigentlich das Spiel des Lebens und das muss man irgendwann einmal verstehen, diese Lügenwelt, die man sich ausdenkt. Ein System, das man meint, mit Geld, mit Wachstum am Leben erhalten zu können. Du musst irgendwann einmal aussteigen. Aber wie steigst du aus? Du musst das wissen, wer du selbst bist und dann bist du schon draußen. Aber genau genommen bist du mittendrin. Nein, das ist das Problem des Austauschen der zwei Seiten. Und wie gesagt, jetzt hier, ich muss jetzt, ihr hört das Video dann vorneweg sowieso, dass also wir grundsätzlich an einem falschen Weltbild leiden. Wir, sage ich jetzt, wir Geistesfunk auf dieser Ebene, die sich noch als Brüssel empfinden. Das heißt, das Gesundheitswesen ist eine einzige Maschinerie, ich sage, seit 30 Jahren, Ärzte sind Krankheitenerfinder und es geht nur um Geldverdienen. Da muss man selbst ehrlich sein. Von wegen, ich will irgendeinen helfen oder retten. Du kannst das System, du kannst Existenz nicht am Leben erhalten. Du kannst Leid vermindern. Aber das Spiel zwischen gesund und krank, keiner weiß, was Heiligkeit ist. Heiligkeit, heilig bist du. Du und ich, wir sind die einzigen zwei, die heilig sind. Ich ist jetzt nicht der Udo und du bist nicht der, der vom Computer sitzt. Das ist der, der uns jetzt ausdenkt und der, der ihnen das denken lässt. Ich bin der, der dich das denken lässt und du bist der, der es sich ausdenkt. Und in der Darstellungsform sind wir jetzt blau gelesen, auch ich und du. Keine Esoterik, keine Religion, einfach das, was ist. Kannst du sofort überprüfen. Du denkst jetzt an dich, du bist jetzt eigentlich, gibt es natürlich auch wieder 16 Perspektiven, der einzige reale, existierende Menschen in deinem Bewusstsein, weil nämlich, wenn du an deinem Körper denkst, bist du eine sinnlich wahrgenommene, real, sinnlich wahrgenommene Person. Und alles andere sind nur Pixelmännchen. Illusionen auf einem Monitor, das ist hundertprozentig sicher. Alles andere sind logische Konstrukte. Und wenn wir jetzt die Klimalüge nochmal ansprechen, dieses Problem, dass das alles unheimlich logisch ist, was du denkst. Diese Geschichte, dass ich sage, wenn ich mich jetzt mit meinem UDOR-Programm zurückerinnere, dann kann ich das nur unterstreichen, dass es praktisch keine Winter mehr gibt. Aber die Ursache liegt wo ganz woanders. Es ist mit Sicherheit nicht dieses Klima, wo dir deine Wissenschaftler erklären. Das ist, der Skobel macht dann solche Sachen, dass man jetzt da dann über die Klima liegt als Philosoph, der das gut macht. Und dass man ja anhand von Gesteinsschichten, wenn man da reingeht, kann man genau feststellen, wie das Klima wieder CO2-Wert war vor 1.000 Jahren und vor 2.000 und 3.000 Jahren. Es ist wie mit der DNA und all dem ganzen Kack, wo sie dir beweisen, diese DNA mit der Hautschuppe, was ihr noch nicht begriffen habt, was Quantenmechanik ist. Quantenmechanik, Beobachterphänomen, heißt schlichtweg und einfach, ein Beobachter von etwas ist auch der, der sich das, was er beobachtet, sich selbst ausdenkt. Er träumt dasselbe. Es wird alles, was du beobachtest, immer nur hier und jetzt in deinem eigenen roten Kopf sein. Du bist ein träumender Geist. Du kannst nur deine eigenen Informationen beobachten und die wiederum bauen auf, auf den Intellekt, den du zum Denken benutzt. Ein Computer, den ich jetzt einem Bewusstsein zuspreche, der hat keine Augen, wo er aus sich herausschauen kann. Der kann nur das beobachten, was sich in ihm selbst abspillt. Und wenn er ein unbewusster Computer ist, kann er nur das beobachten, was in Existenz drin ist. Das ist das, was jetzt auf dem Bildschirm auftaucht und was die Lautsprecher machen. Das sind seine Informationen. Und die wiederum hängen alle ab von dem Programm, das in ihm läuft. Das ist ein ganz simples Prinzip. Aber wir schauen uns jetzt einmal das etwas genauer an. Und ich springe jetzt da mal rein. Da habe ich den Skobel. Also wie gesagt, der macht ganz tolle Videos. Jetzt geht es schon los, wenn du zuerst, wenn ich sage, der macht ganz tolle Videos. Kannst du schon vergessen. Kannst du wirklich komplett vergessen. Hallo, ich bin Gertz. Jeder für sich ein Sammelsurium vom angelesenen Wissen. Wir machen jetzt einmal Klima. Kleinen Moment. Den Klimawandel schauen wir uns an. Wikipedia. Wikipedia. Was bedeutet eigentlich das Wort Klima? Wenn ich jetzt hier das Wort Klima genauer uns anschauen, im Sinne von Holofeeling, was, ihr wisst, ich sage immer wieder, das ist ein 400-Seiten-Buch, da lachte ich eigentlich von vornherein eigentlich schon mal die Wand an. Dann hast du das A&D, das Auf- und Abschwingen eines Jochs, das doppelt aufgespannt wird. Kli heißt mein Alles. Ma ist eine Gestalt gewordene Schöpfung. Ich hebe mir das einmal noch auf, wenn wir uns die Zeit nehmen, ich will jetzt auf was anderes hinaus, und jetzt hast du die rekonstruierten Temperaturen der letzten 2000 Jahre, wo haben die das überhaupt her? Ich sage mal, wer hat das gemessen, wer hat eigentlich, wer hat eigentlich die Menschen auf der Erdkugel gezählt? Wenn wir uns die Weltbefähigung anschauen, wie oft habe ich das schon gezeigt, wer hat das eigentlich gezählt? Das sind logische Konstrukte. Diese schöne Kurve, auf die ich immer wieder hinweise, 1000 vor Christus, und jetzt, das ist der entscheidende Punkt. Wenn du das als Zeitachse nimmst, bleibt hier die Zeit stehen. Und ich kann jetzt immer wieder nur sagen, diese Kurve, ich spreche es nochmal an, nimm einfach einmal, das ist eine Bewusstseinskurve, und wir machen jetzt hier drei Wachstumsstufen, von minus 1000 bis 0, von 0 bis 1000, und von 1000 bis jetzt. Ich sage, erste Wachstumsstufe, zweite Wachstumsstufe, wir sagen, hier warst du geboren, das ist die Pubertät, das sind die Wechseljahre, und das ist jetzt das, wo du zu verstehen anfängst, wenn du das Leben durchlebst. Diese Kurve entspricht nicht arithmetisch genau dem Phänomen der Lichtgeschwindigkeit, das die Physiker postulieren, die wir uns jetzt ausdenken, das um was ganz was anderes geht, dass ich in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit, der Raum wird null, und die Zeit wird ewig. Das heißt nicht ewig, das heißt nicht, von einer ewigen Vergangenheit in eine ewige Zukunft, sondern es ist ein Jetzt, das ewig dauert. Das ewige hier und jetzt. Und wenn wir sagen, das ist eine Bewusstseinskurve, und ich sage, das ist die Pubertät, dann wirst du feststellen, das sind die Wechseljahre, dass das Bewusstsein eines Menschen von der Pubertät bis zu dem Punkt in den Wechseljahren fast überhaupt sich nicht verändert. Ich sage mal, das ist ein 14-Jähriger und das ist ein 50-Jähriger, ein 60-Jähriger. Es verändert sich nicht das Bewusstsein. Es ist, der 14-Jährige hat im Prinzip quantitativ betrachtet, klingt jetzt komisch, dasselbe Bewusstsein wie 40, 50-Jährige. Reden nicht von intellektuellem Wissen. Dieselbe Kurve findest du beim Anstieg, wenn du jetzt rein symbolisch betrachtest, in dein Internet gehst und du schaust mal, wie sich die Speicherkapazität von Computern verändert. Genau. Die Rechenkapazität von Chips, es landet, das sind jetzt die Quantenchips. Was Quantenmechanik bedeutet, Entschuldigung, was die Quantencomputer, was das bedeutet, es heißt schlichtweg, dass wir nicht mehr in Seriell rechnen, sprich in chronologischen Zeitabschnitten, sondern dass ein Parallelrechner alles gleichzeitig macht. Ich sage, das ist das ewige Hier und Jetzt. Es sind symbolische Bilder, wo du dich jetzt drauf einlässt und du sagst, das ist mir viel zu hoch. Wichtig ist, du musst zuerst unterscheiden. Ich rede jetzt von Geist und nicht von irgendwelchen Gedanken. Alle Menschen, die du dir denkst, sind Gedanken von dir, die man sowieso nicht überlebt. So, und jetzt springen wir hier mal in den Klimawandel rein. Ich beweise dir mit hundertprozentiger Sicherheit in Holofilling, dass du dich in einer Matrix befindest, so wie diese Kinofilme das vorher postuliert haben. Du merkst, meine Grammatik weist dich schon wieder, dass da in der Vergangenheit was war. Das hier wird alles geistlos nachgeäfft, allen voran von den Leuten, die dir das beibringen. Diese Werte haben alle einen Sinn, aber einen komplett anderen Sinn. Dieses H2O zum Beispiel. Immer wieder zwei Wahrnehmungen, ein Augenblick. Das ist das Kreisen. Das Methan. Es wird jetzt zu weit führen, was mir wichtiger ist. Das erste Problem beginnt hier, dass du es schon mal gleich von vornherein ziehst. die Entwicklung der Erdatmosphäre. Wie hat sich die Erdatmosphäre entwickelt? Um zu wissen, wie sich eine Erdatmosphäre entwickelt, muss ich zuerst mal wissen, wo kommt die Erde eigentlich her? Die Antwort ist total einfach. Wo kommt die Erdkugel her? Aus dem, der sich die ausdenkt. Aber die ist nicht da außen, sondern die ist in dir drin. Einfach jetzt. Jetzt ist zuerst einmal das Wort Erde da. Und dieses Wort Erde ist auch ganz interessant. Entstehung der Erde. Ist das eine Kugel, was du jetzt siehst? Nee, das ist ein Monitor, einfach nur mit den komischen Flecken drauf. Im Anfang war das Wort. Wenn wir jetzt das Wort machen, Erde ist schlichtweg und einfach nur Er ist etwas Erwecktes, Erwacktes in dir selber und die ist Wissen. Es ist Erwecktes Wissen. Du kannst jetzt deine Erde dir als Scheibe denken, du kannst dir deine Erde als Kugel denken, als eine Traumwelt denken, egal was du magst, das ist die Erde. Das ist einfach jetzt einmal Erwecktes Wissen. Das ist das, was ist, weil du in einer Matrix bist, die auf Sprache aufbaut. Sie entstand vor 4,57 Milliarden Jahren. aus mehreren Protoplaneten. Schau, ich liebe das Wort Aster. Unterschiedlicher Größe, ihre heutige Masse. Jeder, der dir das jetzt erzählt, eff diese Scheiße noch. Sie hat natürlich einen tiefen symbolischen Sinn. Zur Folge eines seitlichen Zusammenstoßes und jetzt kommt dann irgendwann nochmal Deja. Dieses Deja ist was ganz, ein hypothetischer Protoplanet und dadurch ist der Mond entstanden vor 4,5 Milliarden Jahren. Du stellst dir jetzt ganz einfach einmal vor, da ist die Erde noch ein glühender Lava-Ball und da stürzt jetzt ein Planet rein und dann spritzen Sachen raus. Dadurch wurden Teile des Erdmandels und zahlreiche Trümmerstücke von Deja in noch niedrigen Orbit geschleudert. Die haben sich innerhalb von 10.000 Jahren zu einer glutflüssigen Mond verformt, der jetzt um unsere Erde herumkreist. Alles rein zufällig vor 4,5 Milliarden Jahren. Wer sich das ausdenkt, jetzt ist es schon interessant, ich kann dir garantieren, wenn du dir jetzt Menschen ausdenkst, die dir das erzählen, die effen einfach nur nach, was man ihnen erzählt hat. Wer war eigentlich der Erste, der sich das ausgedacht hat? Es ist wie mit der stillen Post. Wer ist der Erste gewesen? Ich sage es dir, ich. Aber bei mir sieht es aus, dass das ein Computerprogramm ist. Und jetzt, wenn wir hier reingehen, wir machen einfach mal jetzt um den Mond, der hier rausgespritzt ist. Schau mal, wir machen bloß so ein kleines Spiel. Ich will dir zeigen, dass das alles artig mädig ist in seiner tiefsten Form. Und jetzt machen wir hier mal noch ein Bild, das schön ist. Warten wir uns jetzt mal noch ein schönes Bild her. Das hier. Das ist Arigmetik. Das ist unsere Erde und das ist der Mond. Dieses, was ich dir jetzt zeige, wird absolut präzise, arigmetisch beschrieben in der hebräischen Dauerbestimmung. Ich habe gesagt, das ist ein Computerprogramm, wo genau du diese ganzen Werte, all das ganze Zeug befindet sich in der Dauer. Das ist eine Programmstruktur. Wenn du jetzt deine ausgedachte Erdkugel, so wie man dir erzählt hat, wie groß die ist, und den Mond aufeinanderlegst, das ist der Mond, maßstabsgetreu laut den Zahlen, die du in den Physikbüchern findest. Das sind jetzt genau die Werte. Mach plus minus, schlägst du, ich sage, jede Seite, jedes Buch, das du mir zeigst, um mir was zu beweisen, zeige ich dir tausend andere Bücher, wo zum selben Thema etwas anderes drinsteht. Oder das genaue Gegenteil, was hier die Masi anbelangt, die verschieben sich immer wieder, je nachdem, welches Buch du nimmst. Was hier aber wichtig ist, du schaust dir den Wert an. und du schaust dir den Wert an. Alles zufällig, weil vor 4,5 Milliarden Jahren hat man dir erzählt, da ein Planet rein ist und dann ist es rausgespritzt, dann haben sich die Spritzer irgendwann verklebt und das ist jetzt genau, nein, du musst es umdrehen, auf den Kopf stellen. Das sind Sachen, die du dir ausdenkst und alles, was du dir denkst, du bist, dein Computer hat im Hintergrund eine Datei. Eine Datei ist, ich erzähle dir, was baut nur auf Zahlen auf. Es sind wie Mandelbrotfraktale, die sich aus dir heraus iterieren. Das ganze Planeten-System, das du dir ausdenkst, da musst du einfach Entwahrungen studieren, baut auf einer relativ einfachen Formel auf. Und das sind nur Iterationen in dieser Formel. Und nichts, dass der Ausnahe in der Vergangenheit von Milliarden Jahren irgendwas passiert ist, in der Vergangenheit ist überhaupt nichts passiert. Also gut, wir spielen das Spiel einmal durch. Wir haben hier den Radius maßstabsgerecht von der Erdkugel. Circa variiert ja immer minimal, je nachdem, welche Quelle du nimmst, 12.714. Und glaub ja nicht, dass die zur Zeit offizielle Maßangabe schon der Weisheit letzter Schluss wäre. Und dann legen wir da den Mond dran. Und dann teilen wir das in elf Teile. Ich liebe die elf Teile. Dann wirst du feststellen, dass dieses Ding genau eingeteilt wird, 4, 3, 4. Dass du hier den Pythagoras sitzt, das ist einmal Nummer eins. Dass wenn du jetzt vom Erdmittelpunkt zum Mondmittelpunkt, den man aufeinander legt, einen Radius ziehst, kriegst du exakt die Quadratur des Kreises. Hier sind die Rechnungen dazu. Das ist das, was ist. Alles weiter vor 4,5 Milliarden da einer zufällig eine Wahrscheinlichkeit von 10 hoch bla 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 dieser Planete die Erde trifft, das Zeug raus spritzt, das sich verklebt und dann dieses Spiel sich aufbaut. An was für einen Scheißdreck glaubst du eigentlich? Jetzt können wir natürlich da nochmal einen Sprung machen. Jetzt können wir mal in die Heiligen Schriften rein. Da suchen wir mal diese 73, 22. Das sind jetzt nur die Umarungen und da wirst du jetzt feststellen, dass es hier schon losgeht in Ich bin du. Da mache ich nur neugierig. Das Buch Jesaja Heilige Rolle ist genau mit 5.449 Zeichen. Das kannst du nachzählen. Geschrieben. Die Höhe der großen Pyramide, die du dir jetzt ausdenkst, die ist nicht da außen. Beträgt von der Basis bis zur Gipfelplattform gemessen. 5.448 Zeichen. Das ist jetzt übrigens auch wieder ein Wert, der variiert. Je nachdem, welches Buch du nimmst. Das ist aber der, der stimmt den Gesamtzusammenhang. Und wenn du das jetzt anschaust, das ist im ersten Moment sehr wichtig, diese Kommastellen. Jetzt ist die Höhe der Pyramide entspricht fast genau der Anzahl der Worte des Buches in der Bibel, wo ihr größte Beachtung geschenkt wird. Das ist nämlich eine Abweichung von 0,05 Promille und du wirst jetzt Folgendes feststellen, dass also die Ebene der Befreiung in der Pyramide in allen Büchern genau 2703, 2 zur Erinnerung Halt, da müssen wir hin. Ich könnte dir unendlich dafür erzählen, das findest du übrigens in alten Büchern, die in der Naturwissenschaft als Esoterik verschrieben sind. Die Differenz dazwischen, das ist ein geometrischer Wert und da kommt jetzt der spielte absolute Nullpunkt, wenn wir den jetzt anschauen. Ein ideales Gas und abgekühlt schrumpft nach geiler Sack, das ist natürlich auch wieder so eine Sache, habe ich aus das Buch heraus. Es spielt keine Rolle, es taucht was in dir auf und es hat einen Sinn. Darum geht es. Das heißt definitiv, wenn du jetzt das ideale Gas heißt, dass das nicht flüssig wird, wir denken uns jetzt einfach mal einen Raum, einfach nur einen leeren Raum in einem Gefäß, wir machen einen Kubikmeter und da ist jetzt ein Gas drin und wenn wir das jetzt abkühlen wie ein Luftballon, wenn er kalt wird, dann schrumpft der und jetzt ist natürlich ideal heiß, das war ein normal Gase jetzt aufgrund von physikalischen Glauben aber einer gewissen Temperatur, je nach Gas sich verflüssigt. Ideales Gas heißt, dass sich das nicht verflüssigt, das bleibt Gas. Wenn du das Ding auf minus 273,2 abkühlst, schrumpft der auf Null, dann ist kein Volumen mehr vorhanden. Es ist der absolute Nullpunkt, da gibt es nicht einmal mehr einen Raum, in einem Traum gibt es keinen Raum. Achte auf meine Worte, T-Raum heißt Spiegelraum. In einem Traum gibt es nur Spiegelungen von Spiegelungen und wenn du in einen Spiegel schaust, der Raum hinter dem Spiegel, H-Interm Spiegel, ist kein Raum, das ist eine Illusion, so wie der Raum vor dir, wenn du eine Farbrille aufhast und deine Farbrille sind jetzt deine zwei ausgedachten Augen, die sind genauso aufgebaut, mit Zäpfchen, rot-grün-blau, die waren aber nicht von außen, von einem ausgedachten Licht angesteuert, sondern von dem Computer, desto gehören es von innen. Es sind symbolische Bilder. Ein Medizinstudent lernt, dass das menschliche Leben, um im Mutterleib heranzuwachsen, von der Empfangnis bis zur Geburt, zehn Siderische Monat beträgt bla, 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 Bi-Messonen in der Quantenmechanik, die noch nie irgendein Mensch gesehen hat, haben das 273-fache der Elektrons. Radius des Mondes beträgt 0,273 Erdradien, wohlgemerkt zufällig entstanden. Da können wir jetzt reingehen bis in die Quantenmechanik, das ist Zeug, die Zahlenwerte sind wichtig, ich betone immer und immer wieder, alles, egal was du mir zeigst, ist richtig und stimmt, was nicht stimmt, ist das Erklärungsmodell, was du aus dem Wort magst, wenn ich jetzt zum Beispiel lese, der Radius des Mondes beträgt 0,273 Erdradien, kann ich nur aus dem Wort an was denkst du bei dem Wort Radius, an was denkst du bei dem Wort Mond, an was denkst du bei dem Wort Krebs, was du aus einem Wort magst, hängt von deinem Intellekt ab, dasselbe gilt jetzt für Namen, wenn du irgendeinen Namen hörst, denkst du an jemanden und den gibst du einen gewissen Charakter, es geht nicht einmal darum, ob du den kennst, ob du den irgendwann einmal persönlich getroffen hast, bei Socrates denkst du an was anderes wie bei dem Wort Hitler, was in dir sich aufbaut, an Vorstellung, hängt hängt von deinem Wissen ab, das du nur vom Hören sagen kennst, das ist auch ein Computer Programm System, das ist die erste Erkenntnis, auf der wir hier rumreiten mit Holofilling, und das wird alles in einem gewissen Maus immer so sein für dich, wie du glaubst, dass es ist. Und du wirst bis in alle Ewigkeit ums Überleben kämpfen, wenn du glaubst, du bist dieser Körper. Und du wirst bis um Ewigkeit Geld nachrennen, wenn du glaubst, Geld erhält dich am Leben. Und dann kommen diese Sätze, das ist eine kybernerische Schleife, aber ich brauche doch Geld zum Überleben, habe ich tausende Male gesagt, das ist so eine Antwort. Und dann ich es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ja, wenn ich jetzt nicht mehr glaube, dass ich Geld brauche, dann brauche ich doch trotzdem eins, wenn ich in einen Laden reingehe und brauche Brot kaufen. Ich sage, es stimmt, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und wenn ich jetzt nicht mehr auf die Arbeit gehe, dann entlässt mich doch mein Chef. Stimmt. Ich sage, so kommst du aus dem Hexenkessel nicht raus. Das Erste, was ich dir sage, du spitzst deine Leute ganz normal weiter, aber du wirst dann an einen Bogen kommen, wo du sagst, entweder wie der Rödo, das bin ich nicht mehr, dann musst du dich auf einleiten, du leidest irgendwann deine Verwandlung. Oder wie die Helene, du kommst zwangsläufig in das zwangsläufige Alter, was man jetzt Wechseljahre und dann kommst du, du wirst älter und dann löst sich halt alles auf. Die geliebten Mitmenschen, der Mann oder die Frau, wohlgemerkt, du Geist, bist weder ein Mann noch eine Frau, du bist ein Adam. Und jetzt ist was schönes, der ist ja angeblich männlich und weiblich gleichzeitig. Jetzt muss man nicht das Sege wie Nikabah wissen. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch die schöne Spielrede. Du hast hier unseren Dieter Minuske reingestellt. Da schalte ich fast noch mal schnell ein. Sehr sehr viel dazu sagen. Das ist ja wieder reines Bibel hebräisch. Das ist so ganz einfache Hinführung an Holofeeling. Ich sage immer Holofeeling ist perfekt allumfassend. Dieses reine hebräische ist ein winziger Teilbereich. Ich sage ich mache da keinen Unterschied zum Beispiel zu chinesischen zum Iying diese definatorische Systeme. Das ist halt jetzt ein Computerprogramm in einer Vollkommenheit. Hast du übrigens hier wenn wir diese Anfangsbuchstaben nennen das heißt ich werde Gegenwart. Das ist ganz kurz mal an. diese Hälfte diese 11 wo hier sind die ersten Buchstaben das gibt es A H W H das gibt es im Hebräischen klassischen in der Form nicht. Halt Halt jetzt habe ich verdippt kleinen Moment. Es gibt es in der Form nicht wobei das durchaus möglich ist weil nämlich das Alif ja vorsiebig imperfekt ist ich werde HWH das ist der Besitz das Kapital sein totbringendes Verbrechen ist Unglich Verderben Vermögen Kapitalisieren sein aber was wichtig ist das Wort heißt Gegenwart ich werde zu einer Gegenwart die Gegenwart ist meine momentane Information das ist das was ich jetzt besitze für einen kleinen Moment das ist natürlich auch totbringend heißt letztendlich total heißt so viele tot so viele und da werden so viele Informationen in dir aufgeschmissen das ist aufgespannte Existenz ist Glück ganz ist die Welle wichtig ist HIH ist im Prinzip dieselbe Radix du wirst erst einmal merken das ist bestehen eintreten geschehen sein sich befinden vorhanden sein das ist HIH und HWH ist im Prinzip auch hier unten wenn du sein sein es ist jetzt ok jetzt ist natürlich interessant dass das JHBH das ist uns ja klar das Hashem die ist hoffentlich aufgefallen dass der Dieder die wir uns jetzt ausdenken das nicht ausspricht der sagt wirklich nur Hashem oder Gott da ist er sehr jüdisch in der Erziehung er weigert sich hier die 26 auszutun das JHBH und alle wir können einmal das Waff rausschmeißen hier bei dem A HH und jetzt kriegst du hier schon wenn wir das raus machen eine W doppelt aufgespannte E die ich gewinne das jetzt schau mal 1 1 das bin ich interessanter dazu ist jetzt die erste Hälfte da haben wir als Buchstaben BBA du kannst das lückenlos lesen da können wir jetzt reinfahren das ist das Tor ein Teil der Mischner das Tor ist die Reihe plus 5 minus 5 ist der Schöpfer Gott Abba Schwert 11 unendlich viel das heißt in dieser Reihe und du musst jetzt hineingehen in diese Reihe eintreten in diese Reihe wo musst du hineingehen in dieses A H W H das heißt ich werde Gegenwart du gehst in eine Gegenwart die aus unendlich vielen Einzelteilen besteht das kann man sich ja dann auch anschauen das Video da ist es übrigens auch diese Einteilung jetzt das muss ich nicht erklären das kennst du hast die Holo Arigmetik Sachen das kann man unendlich spielen dieses Spiel ist also extrem darum geht es aber nicht es ist auch wieder ein Beweis dass es keine Zufälle gibt ich ich wollte eigentlich eine andere Tabelle Moment das ist immer wieder 3773 die 2701 das ist übrigens auch interessant wenn du das jetzt hier zusammensetzt aber ich könnte so viel dazu sagen das lassen wir glaube ich weil ich merke jetzt wenn ich da rein fahre das ist auch alles richtig aber bloß aufs jüdische bezogen was es hier darum geht Thema ist schlichtweg und einfach dass im Hintergrund eine Arigmetik wirkt und nicht ein purer Zufall das Gesetzt die Stochastik das Schöne wo ich über Stochastik erzählt Holopheling überrag das Wissen deiner Menschheit und Welten weil es ein allumfassendes System ist das nicht nur auf der jüdischen Kappala aufbaut wir können in den I-Gegendarm reinspringen Helene erinnere dich bei dir wo ich versucht habe das zu erklären wir können in die Physikbücher reinspringen Physikbücher sind Religion Chemiebücher sind Religion und wir arbeiten alle mit Metaphern mit dem selben System aber im Hintergrund gibt es eine allumfassende Arichmetik das ist Holopheling es ist ein Computerprogramm und jetzt stehst du da als kleiner Brösel und ich sage immer wieder das ist ein Embryo Dasein das du zur Zeit hast und ich bin nicht gekommen um die Liebe zu bringen ich bringe dir das Schwert mit Holopheling das heißt du kannst dich von dem normalen Glauben abschneiden von dem einseitigen Glauben das ist jetzt gerade das Klima ich erspare mir das jetzt wir können eine Reise machen in das Wort Klima wir schauen uns das Wort Klima im Lateinischen an dann springen wir in das griechische ursprachlich dann hebraisieren mir die Worte und du wirst feststellen du kommst aus dem Kontext nie raus hör dir einfach Selbstgespräche an von morgens bis abends es ist hypnotisierend und allen voran sind du musst das einstarten in einem gewissen Maß nur weil dir was logisch erscheint du verwirklichst was jetzt ganz wichtig ist du bist ein Gott als träumender Geist bist du der Gott für die Welt die du träumst und du hast ein Regelsystem in dir mit dem du deine Welt aufbaust das ist der Intellekt den du zum Denken benutzt und jetzt sag ich wieder jetzt denkst du bist ein Computer und dann hast der Intellekt ist das Programm das in in deinem Arbeitsspeicher läuft und das macht die Bilder auf dem Bildschirm und auch die Natur Gesetze und jetzt ist es ganz interessant dass es nicht nur darum geht dass dieses Programm dir aufzwingt was du denkst und wie du denkst und wie du die Sachen die du denkst selbst bewertest natürlich nur einseitig in positiv und negativ gesund und krank du musst jetzt die Heiligkeit anstreben ausgedachte Sachen die sich widersprechen noch auf der höheren Ebene noch lange nicht heilig werden sondern eine höhere Ebene ein höheres Chat werden das beginnt so Sätze dass ich sage ein Tag den du dir ausdenkst als eine chronologische Zeitspanne besteht jetzt in dir chronologisch gedacht aus 24 Stunden aus 24 Einheiten und dieser Tag teilt sich in Tag und Nacht in eine hell Hälfte und in das habe ich vor über 20 Jahren schon erklärt und jetzt muss dir auffallen dass die helle Hälfte hat den selben Namen wie der heilige Tag bezieht sich auf die hellen zwölf Stunden rechnerisch und die Liebe die rote Liebe von der ich spreche die teilt sich in Lieben und Hassen das ist wie Plus und Minus Plus steht für ich will mich mit was verbinden und hassen heißt den selben Namen trägt wie das heilige Ganze und du darfst das nicht verwechseln wenn ich von Liebe rede meine ich die rote Liebe die es all umfasst wenn du mit deiner jetzigen Logik von Liebe das liebe ich dann selektierst du aus unendlich vielen Möglichkeiten oder Menschen welche heraus und zwangsläufig entstehen dann Sachen die du nicht liebst und jetzt ist es so so dass Gedanken es sind so extrem einfache Sätze das Meer sprich der Geist der immer ist der Gedanken willen aufschmeißt wenn er träumt es sind seine Informationen die gedachten genauso wie die sinnlich wahrgenommen Informationen liebt alle seine Gedanken alle seine Willen wenn er bewusst macht was ich denke will ich sonst würde ich es ja nicht denken was ich jetzt im Moment nicht will ist trotzdem in mir drin Max ich bring's bloß nicht zur Anschauung und dann ist es dass ein Autor der ein Grimisch schreibt der will diese Verbrecher und einer der Horrorfilm schreibt der will diese Situationen weil der Grusel nämlich auch eine von unendlich vielen Möglichkeiten und Gefillen ist die er erleben kann und sobald du anfängst irgendwas nicht erleben zu wollen irgendetwas nicht mehr haben zu wollen entheiligst du dich du musst in der Lage sein zuerst einmal das für dich schrecklichste zu akzeptieren zum Beispiel deine eigene Kreuzigung wenn du ich bist auch wenn deine Logik das überhaupt noch nicht fassen kann du lässt es einfach geschehen und dann wirst du feststellen und das sind die vielen Märchengeschichten jetzt hier zum Beispiel im Alten Testament und im Neuen Testament die Abraham Geschichte Schlachte deinen Sohn das ist so ein unvorstellbarer Akt den geliebten Sohn zu schlachten und dann kommt es erst gar nicht dazu ich lasse dich wach werden bevor es passiert aber nur wenn ich sehe dass du mir vertraust dann muss man die Märchengeschichten das was ich dir sage ist wertvollste was du besitzt sind deine Märchengeschichten und deine Sprichwörter aber du musst die für voll nehmen als tiefgläubiger Materialit magst du das nicht für das Einzige was für dich wichtig ist Geld zum Überleben und wir setzen auf Wachstum was dann daraus passiert ist deine Gesundheitsindustrie von der Selbstheilung wissen die nichts mehr es schlimmste was passieren können dass keine mehr krank sind es wird das ganze wirtschaftssystem zusammenbrechen selbst hier wird auf Wachstum gesetzt schau dir das Video an was man dann noch am Ende mit rein stellt es ist keine Verschwörungsstilien das sind ganz was ist jetzt hier passiert mit diesen angeblich aktuellen Zahlen 860 Milliarden die wir in Deutschland ausgeben müssen was ist Deutschland jetzt ein Wort dass man das Klima zu erreichen und was dann von den offiziellen Zahlen der Physiker dass man 0,000 0,000 0,000 4% weniger CO2 in der Umwelt haben was einem nichts ausmacht und dann kommt natürlich die Rechtfertigung jetzt ist immer wieder die Fakten Checker ja aber die Sterbezahlen jetzt voriges Jahr wegen Corona wie oft habe ich erklärt mit die Krankenhäuser du kannst deinen Glauben verwirklicht du auch auf deiner Verabrede es sind so einfache Sätze es rauscht bei dir durch du kannst immer nur überprüfen dass das was du glaubst stimmt und das ist das Gefängnis mein Gefängnis wo jeder eingesperrt ist der keine eigene Meinung sind wohlgemerkt die Krankenhäuser die nicht existieren wenn du nicht an sie denkst es ist immer alles absolut heil und eins bis auf das was du dir ausdenkst das ist nämlich im Moment eine Welle und selbst die ist heil wenn du sie ganz anschaust aber jetzt ist unser Prinzip der Kamer Obscura und da weiß ich jetzt da wirst du abstürzen wenn du nicht wirklich intensiv mit Holophilien und der Physik beschäftigt hast der wirklichen Physik ich greife auf die Physik in den Physik Büchern zurück das einzige was ich mache dass ich das nicht so erkläre wie deine Physik oder deine Lehre da hörst du nur die letzten Selbstgespräche an und du wirst feststellen dass diese Pixelmännchen die in der Universität sind gar nicht was sie sprechen es sind einfach nur programmierte ich sag einfach mal die Giergeräte die sind auch denken wir uns jetzt an der Uni gewesen und dann haben wir ihnen was erzählt und sie rezidieren eins zu eins das was man ihnen erzählt hat es war zu allen jetzt ausgedachten Zeiten nie anders und das ist dann die Elide und es wird sich immer herausstellen wir reden von der Ewigkeit dass die Wahrheiten von heute die Dummheiten sind schon die Tatsache wenn ich dir ständig erkläre es wird morgen und übermorgen nichts passieren es ist vollkommen unmöglich du wirst nicht morgen sterben und nicht übermorgen und nicht in 50 Jahren wenn du stirbst stirbst du jetzt wer nicht stirbt bevor er stirbt verdirbt es die erben heißt raumzeitlich erscheinungen erben und es sind erweckte polare existenzen das ist die sprache von holophilig und es trennt spreu vom Weizen schlicht weg dass wenn du jetzt als Brösel um der Brösel redest wirst du feststellen dass all die Figuren in deinem Traum sind deine Antagonisten Antagone es geht hier immer wieder ich nehme eine Ecke und ich strecke eine Ecke ich rede vom Dreck ECK ECK DR Generation da hinkt eine geometrisch physikalisch arithmetische Form im Hintergrund das baut Bilder auf wie in einem Computerprogramm das ist der Ausweg aus dem Dilemma da gibt es nichts zu retten jede positive Veränderung die einseitige Menschen versuchen zu bewerkstelligen erzeugen was Negatives wenn du jetzt altes Beispiel Redo nickt wenn ab morgen keiner mehr krank ist dann innerhalb von vier Wochen explodiert dein ganzes Wirtschaftssystem ich sage jetzt nochmal schau dir den Sinn da noch es ist so ein krankes geistlos nachgeäfftes Denken deiner Lieder deiner Mediziner weil Geld erhält unser Leben wir setzen auf Wachstum das ist das schöne Beispiel mit dem Rima den Schweizer den du reingestellt hast über Corona das haben wir auch in Österreich jetzt wie krank ist eine Welt die vollkommen gesunde Menschen die auch jetzt normal gedacht keine Viren in sich da haben praktisch negativ getestet sind weggesperrt werden um Geimpfte die angeblich nicht krank werden können oder nicht so arg die geschützt sind zu schützen obwohl es wirklich ein leichtes ist dass wenn du selbst wenn du geimpft bist bist du genauso ansteckend wie ein Nicht-Geimpfter es ist ein eindeutiger Fehler an Fürstenscheinprüfungsbogen es ist wie Menschen die an der Welt am Licht des Lebens ich zitiere jetzt mal ganz kurz aus dem Video das du reingestellt hast dass sich welche die an der Sonne sind die eigentlich relativ immun sind glaube ich so ähnlich was sich mit Sonnencreme einschmieren müssen dass welche die in stockfinsteren Dunkelheit eines Kälters leben kann Sonnenbrand kriegen das sind die Perspektiven verändern und alle die da mitmachen und das ist es wiederholt sich alles es wiederholt sich komplett immer wieder dasselbe Problem in Kohle den Prediger lesen nichts Neues in dieser Welt es ist purer Faschismus wie man hatten vor hier und jetzt ausgedachten 75, 80 Jahren jetzt sind die Ungeimpften die die den Judenstand brauchen wir haben ja nichts dagegen es wird ja keiner nein wir sind selbstverständlich bleibt es frei es ist ja kein Impfzwang schau mal was ist das eigentlich durch in Österreich was du in wer die Zahlen sagt ob das die vom RKI sind ob das die Nachrichtensprecher sind oder was unterscheidet dem der in der RKI die Zahlen rausgibt von dem Nachrichtensprecher und von dir selber es taugen in dir Zahlen auf dem Monitor auf man erzählt dir dass es so und so ist hast du das überprüft kannst du es beschweren das ist da musst du jetzt ansetzen frag dich ich sage was ist jetzt da schau einfach was da ist wenn du mit Zahlen um dich rumschmeißt wie groß die Erde ist wie groß der Mond ist hast du es überprüft habe ich aus das Internet heraus habe ich aus das Buch heraus hat mir der erzählt dann kannst du beschwören dass es in dem Buch drin steht ich habe gerade noch der Genauigkeit bei Erd und Mond Maus und sagt hängt jetzt bei den Stellen dahinter ungefähr ab welche Welle du heran siehst das differiert hinten ein bisschen Ungenauigkeiten zu einen Zeiten wenn ich jetzt vor 1800 etwas ein Buch in Erdradius nachschaue wie ich einen anderen Wert wie jetzt wenn ich in WGB reinschaue dann wird der Logiker wie der Song ist ja logisch mittlerweile immer viel genauere Messgeräte und ihr seid von einem Zirkelschluss im nächsten das ist bei Holofeeling es ist sehr interessant dass ich wie gesagt jeden beweise hundertprozentig sicher beweise wo seine Druckschlüsse liegen dass ich immer wieder wiederhole das Spiel habe ich so oft durchgespielt in Physikbücher und Fachbücher auf jeder Seite so eklatante Fehler sind dass ich selbst ein 13-Jährigen den Intellekt eines 13-Jährigen den wir uns jetzt ausdenken mir geht es um eine quantitative Wisse von Allgemeinbildung dass der ausreicht um zu beweisen dass der ganze physikalische Scheiß zum Beispiel die Entstehung des Mondes geistlos nachgeäfft ist und wenn dann rechtfertig kommen wir können ja bei den CO2 Wert wie sie vor 1000 oder 2000 Jahren waren die sieben an den Eisschichten wo man das analysieren kann dann schauen wir mal wie man DNA analysieren wie man das Zeug analysiert das ist Beobachter Phänomen es ist Quantenmechanik es ist schlichtweg und einfach ein Beobachter und einfach ein Beobachter von etwas sieht das was er sich selber ausdenkt es wird vollkommen schlüssig und logisch wenn du akzeptierst dass du jetzt ein träumender Geist oder ein Computer bist ein Computer kann auf dem Bildschirm nur die Sachen haben die Maßsetzung des Intellekts des Programms in sich selber aufbauen und jetzt hast du dein Gefängnis das ist die humanitische Schleife die Frage was da richtig und verkehrt stellt sich nicht es ist etwas und es ist eine Ursache da das nennt man eine Kausalbeziehung das Gesetz von Ursache und Wirkung und das hat Materialismus auf den Kopf gestellt er hat als letzten Ausgangsprodukt einer Evolution die sich über Milliarden die er sich ausdenkt dahin zieht hat er den Geist gestellt der sich diese Evolution ausdenkt das heißt das Grönchen der Schöpfung der Mensch am Ende dieser Evolution die von Menschen ausgedacht wird er macht sich zum Endpunkt obwohl er eigentlich der Anfang ist aber wir sind chronologisch es gibt keine Chronologie weil alles was du denkst ist jetzt und dann kann ich sagen wenn ich im jetzt bin ich habe fünf Stunden geschlafen ohne an was zu denken und ich war in dem Erleuchtungszustand in der Stille ich soll mal ein bisschen eine Doppler dann denkst du jetzt was und wenn du an nichts denkst denkst du an das Wort nichts und wenn du an Stille denkst denkst du das Wort Stille was ja alles ein Geräusch ist was existierendes ist wo wir immer einen Gegenteil dazu brauchen ich kann in dem Selbstgespräch diese 25.000 Seiten Holofeeling erklären die sind ja gar nicht nötig das ist wenn ich immer sage du musst nicht wissen wie ein Computer funktioniert um ins Internet zu gehen und dir ein Video an zu schauen du musst wissen was du selbst bist du bist das einzige in deinem Traum was immer ist unveränderlich dein ganzes Leben immer dasselbe ich gewesen rot gelesen dann musst du zuerst wissen was die vier roten ich sind und wenn du an dich denkst du an das kleine blaue an den Affen an diesen Körper der ist wenn du ihn nicht denkst das ist hundertprozentig sicher und den wirst du möglichst lang am Leben halten weil du einfach ein dummer Affe bist und du wirst bis in jetzt glaube ich lassen wir es gut sein ich kann immer wieder nur sagen von vorne weg es ist auf unserer Holofeeling Seite das muss ich jetzt ganz kurz einspielen hier drinnen das sind jetzt die Erklärungs Videos dieses kleine dieses kleine Video 1 6 20 sehr interessant das sind 86 Sekunden Entschuldigung Minuten hochrechnen ich bin schon wieder ganz woanders 1 6 20 ein Symbol für die 6 1 ist Jahwe wo ist das das ist die bitte erstes Bild jetzt jetzt kommt jetzt dann habe ich wieder meine Leitung ist nämlich hier defekt es hat Verzögerung ein bisschen oder ja die hier in Holofeeling ganz in Holofeeling reingehen und da gleich das dritte Video das ist hier eine Meditation hört er die immer wieder an das ist keine Manipulation das hole dich immer wieder in diesen Zustand um den es eigentlich geht Ja und wenn jetzt das abgerissen war ich musste sagen auch das hat einen Sinn wenn der Udo immer stehen bleibt bei den letzten Tagen ich habe nämlich mein Upload schwindet jetzt raubzeitliche Geschichte sagen wir bitte es ist ein nicht einverstanden sein es hat alles wirklich einen Sinn könnte ich jetzt erklären ich kriege einen neuen Ruder mein Ruder ist kaputt aber jetzt ist dann schon wieder reparieren ist was du machst als Brösel das ist das Spiel es geht um nichts anders bring dich in die Ruhe und lerne einverstand zu sein einfacher Satz dein Leben ist wie das Wetter wenn du aus dem Fenster schaust es macht was es will und es schert sich an Dreck drum ob du dich drüber aufregst oder nicht aufregst ob du den jetzigen Wetterzustand haben willst oder nicht haben was es geht ist letzten Endes hör auf zu glauben dass in der Zukunft was besser wird es wird immer schlimmer werden bis du weißt ich kann nur das jetzt verändern und solange du versuchst dass deine Zukunft besser wird verschlechterst du dein jetzt was ich dir auch immer damit sorgen das ist die Erkenntnis es gibt wirklich nur jetzt morgen ist ein Gedanke den du jetzt denkst und gestern jetzt sich verändern ob du die Zukunft oder Vergangenheit nennst was ich dabei nicht verändern das bist du selbst der Geist der sich jetzt dieses Gespräch angehört hat Bingo Ja Das ist noch ein Rundel